Pilze sind dem Menschen seit 2000 Jahren bekannt. In Asien wie Europa wurden und werden die Pilze wegen ihrer wertvollen Inhaltsstoffe geschätzt. Heute ist die Mykotherapie ein fester Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin TCM. Ihr Nutzen ist auch in vielen westlichen Studien belegt. Pilze sind weder Pflanzen noch Tiere. Als sogenannte Destruenten sind sie ein sehr wichtiger Bestandteil im Nahrungskreislauf. Sie haben die einzigartige Fähigkeit, molekulare Komplexe in Bestandteile zu zersetzen und wieder neu aufzubauen. Sie bilden Stoffe, die gegen Bakterien, Viren und andere schädliche Pilze wirksam sind. Diese Eigenschaft wird zur Entwicklung von Medikamenten genutzt. So ist Penicillin nichts anderes als ein Stoffwechselprodukt von Pilzen. Doch diese Fähigkeit ist auch gefährlich. Die Pilze nehmen Schwermetalle, Pestizide und Radioaktivität sehr einfach auf. Daher ist Produktesicherheit bei Pilzprodukten von größter Wichtigkeit. Pilzprodukte sollten frei von Schadstoffen sein. Pilzprodukte sollten schonend und nachhaltig produziert werden. Wir kultivieren unsere Pilze auf Farmen in ursprünglicher Umgebung. Dort, wo sich jahrtausendalte Tradition im Pilzanbau mit moderner Technologie und optimalen klimatischen Bedingungen vereinen. Viel Wissen und Handarbeit lassen die Pilze ohne Einsatz von Pestiziden schonend wachsen. Regelmäßige persönliche Besuche auf den Farmen legen die Basis für unsere hervorragende Produktequalität. Langfristige für beide Seiten zufriedenstellende Partnerschaften und Nachhaltigkeit in unserem Denken und Handeln sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir verarbeiten nur qualitativ einwandfreie Pilze und verwenden für unsere Produkte ausschließlich feinstes Pilzpulver. Der Extraktions- und Produktionsprozess findet in einer GMP-Umgebung statt. GMP bedeutet gute Herstellungspraxis und beinhaltet Richtlinien zur Qualitätssicherung in Produktionsumgebungen und von Produktionsabläufen. Die Richtlinien werden von staatlichen Behörden erlassen. Bei unserem Extraktionsprozess legen wir großen Wert auf schonende und nachhaltige Verarbeitung. So bleiben alle empfindlichen Inhaltsstoffe erhalten. Unser Produktionsprozess in Deutschland und Österreich garantiert hervorragende Produktequalität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Pilzprodukte sollten frei von Schadstoffen und mit Analysen dokumentiert sein. Unsere Produkte sind frei von Schadstoffen. Bei jeder Charge wird im Labor die Reinheit des Rohstoffes und die Identität des Pilzes analysiert und dokumentiert. Bei den Extrakten wird der Polysaccharide-Gehalt gemessen. Jede Charge wird in einem akkreditierten Labor auf insgesamt 250 Parameter bezüglich Schwermetalle, Pestizide, Mikrobiologie und Radioaktivität getestet. Der gesamte Analyseprozess findet in deutschen Labors statt. Sämtliche Analysen werden in revisionssicheren Datenbanken gesichert. Die Analysen sind jederzeit einsehbar. Die Rohstoffchargennummer und die damit verknüpfte Produktionschargennummer garantieren eine durchgängige Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit auf GMP-Niveau vom Fruchtkörper bis zur Kapsel. Alle Analyseberichte und das Produktionsprotokoll sind in einer revisionssicheren Datenbank gespeichert. Sie sind jederzeit abrufbar und einsehbar. Eindeutig zugeordnete Rückstellmuster ermöglichen auch Jahre später Nachanalysen. Pilzprodukte sollten einen hohen und messbaren Gehalt an Inhaltsstoffen haben. Unsere Produkte haben einen hohen Gehalt an Inhaltsstoffen. Wir verwenden nur qualitativ einwandfreie und kontrollierte Rohstoffe. Wir verzichten auf jegliche Form von Farbgeschmacks- oder Überzugsstoffe. Unsere Produkte sind alle vegetarisch und glutenfrei. Die Kapselhüllen bestehen aus pflanzlicher Zellulose. Wir investieren gezielt und proaktiv in Forschung und Entwicklung. So werden wir unserem eigenen hohen Anspruch an Produktesicherheit und Produktequalität auch in Zukunft gerecht. Mit jeder Produktvariante entwickeln die Pilze ihre Kraft anders. Die Vielfalt unserer Produkte deckt alle Bedürfnisse ab. Mit dem reinen Pilzpulver, dem Pilzextrakt, dem Kombinationsprodukt Extrakt und Pulver und dem Flüssigextrakt steht für jeden Anwendungszweck das richtige Produkt zur Verfügung. Die Pilze können so ihre Kraft vollumfänglich entfalten. Geprüfte Produktesicherheit und hervorragende Produktequalität sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Erstklassiger, persönlicher und kundenorientierter Service und viel Freude an den Pilzen und unseren Produkten. Das sind wir! 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 Das ist wir! Das ist wir! Vielen Dank.